Ich habe gerade schon Aufnahmen gemacht mit der Pocket, aber ich will noch einen kleinen Gruß senden hier aus Agaete. Nach gefühlten drei Stunden. Nein, so lange war es nicht. Wir sind ja zwischendurch auch mal angehalten und haben an verschiedene Miradors gehalten. Aber hier ist es doch auch toll, wenn man sich so den Wellengang ansieht, wartet man immer einige Augenblicke und dann kommt es wieder. Ich wollte euch nur einen kleinen Gruß schicken aus Agaete hier. Es lohnt sich also immer hierher zu fahren. Dahinten die Berge. Wenn man ein Stückchen weiter darüber fährt, kommt man zum Hafen. Und wenn man in diese Richtung schaut, also nach rechts, kommt man dann zu den Naturpools. Das könnt ihr übrigens auch im Plan B lesen. Ich hoffe, ihr versteht mich hier bei dem Krach überhaupt. Naja, Krach ist das ja nicht. Das ist eine Sinfonie. Eine Wellensinfonie. Wie gesagt, ich schicke euch mal liebe Grüße hier. Diesmal nicht vom Pharo, sondern aus Agaete. Wie gesagt, das Podcast ist nur eine Pause. Ja, und da kann man ehrlich gesagt gar nicht aufhören, aber ich mache jetzt hier erstmal einen Stopp, schicke euch den Gruß und dann bis später.